Wer von Ihnen will Computer entwickeln? Ich will einen Rechner bauen, den niemand den Mut hat zu bauen. Wow. Was? Du brauchst mich, sonst wärst du nicht hier. Tausende warten auf so eine Chance. Nein. Das ist keine gute Idee. Warum? Weil es illegal ist. Schnauze, du Arsch! Wow. Das IBM PC-ROM-Bios. Wir haben ein Problem. IBM ist hier. Ihr wollt uns also anklagen? Wir können sie nicht feuern? Nein. Wer ist mein Boss hier? Ich. Es kann losgehen.